Musik Musik Der Islandhund, auch isländischer Spitz- oder Iceland-Sheep-Dorf, ist bislang die einzige Hunderasse, deren Ursprungsland Island ist. Der selbstsichere und lebhafte Hütehund ist besonders in Großbritannien sehr beliebt. Bei uns hingegen ist er noch relativ unbekannt. Geschichte und Herkunft des Islandhundes Ab dem 8. Jahrhundert wurde Island von keltischen und germanischen Stämmen, unter anderem den Wikingern, besiedelt. Die Einwanderer brachten ihre Hunde mit und im Lauf der Zeit entwickelte sich ein Hundetyp, der als Vorfahr des heutigen Islandhundes gilt. Die Aufgabe der Hunde war das Zusammentreiben und Bewachen des Viehs und der großen Islandpferdeherden. Sie passten sich hervorragend den örtlichen klimatischen Verhältnissen an und wurden unentbehrliche Helfer der damaligen Bauern. Bereits im Jahr 1898 wurden Richtlinien zur Zucht verfasst. Doch erst 1972 wurde ein Rassestandard festgelegt. Rüden sollten laut FCI eine Widerristhöhe von etwa 46 cm erreichen, während Hündinnen mit 42 cm etwas kleiner sein dürfen. Das Gewicht ist nicht festgelegt. Es liegt gewöhnlich zwischen 9 und 14 kg. Islandhunde können 12 bis 15 Jahre alt werden. Das Fell ist dicht, rau und extrem wetterfest. Es gibt eine kurzhaarige und eine langhaarige Variante. Das unterschiedlich lange Deckhaar besitzt jeweils eine dichte und weiche Unterwolle. Nahezu alle Farben sind erlaubt, jedoch sollte eine Farbe vorherrschen. So ist er in verschiedenen Grau-, Schwarz- und Schokoladenbraunschattierungen, aber auch in Tönen von Cremefarben bis hin zu rötlichem Braun vorzufinden. Die Grundfärbung ist stets von weißen Abzeichen durchsetzt. Typisch für den Islandhund sind seine dreieckigen Stehohren und seine geringelte Rute, die er über dem Rücken trägt. Er hat besonders gute Augen und wird in seiner Heimat gern daraufhin abgerichtet, wilde Lachse in den eiskalten Flüssen zu erjagen. Dabei schützt ihn sein besonders wärmendes Haarkleid vor Kälte. Wesen und Charakter des Islandhundes Viel Temperament, Intelligenz, eiserner Wille und Geschicklichkeit sind Eigenschaften, die den isländischen Spitz auszeichnen. Er ist verspielt, fröhlich, neugierig und keineswegs ängstlich. Leider neigt er zu häufigem und ausgiebigem Bellen. Sein Jagdtrieb ist wenig ausgeprägt. Er ist ein anpassungsfähiger, treuer und liebevoller Familienhund, der sich im Umgang mit Kindern besonders sanft und umgänglich zeigt. Auch Fremde begrüßt er gern freudig erregt. Aggressiv ist er so gut wie nie. Auslauf und Pflege des Islandhundes Als ausgesprochener Naturbursche liebt der knuffige Spitz aus dem hohen Norden Wasser, Schnee und Berge ganz besonders. Er möchte gerne körperlich und geistig ausgelastet werden. Treiben, Hüten oder auch unterschiedliche Arten von Hundesport sind ideal. Auch wenn er nicht allzu groß ist, hält man ihn besser nicht in einer Stadtwohnung, nicht zuletzt wegen seiner Bellfreude. Regelmäßiges Bürsten, gelegentliche Nagelpflege, Augen- und Ohrenkontrolle sollten zudem auf dem Plan stehen. Der robuste Hund neigt sehr selten zu genetisch bedingten Krankheiten. Gelegentlich kann es zu einem Kryptorchismus kommen, einer Falschlage des Hodens, die in der Folge Krebs auslösen kann. Auch Augenprobleme können selten auftauchen. Gelegentliche 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 Vielen Dank.